So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe und damit auch die letzte Fügegegnern mit einer exotischen Waffe Schaden zu. Ihr seht schon, bei Daily, da wo ich gerade bin, bei John and Seas, bei Synopsie Station und Camp Couple könnt ihr euch die Waffen abholen. Eben mal bei dem NPC, ihr seht schon, hier bekommt ihr das Boom-Scharfschützengewehr. Wäre meiner Meinung nach auch mit so das Beste, weil du kannst nicht bauen, der Gegner hat eigentlich kaum eine Chance. Ich wurde von denen auch bis jetzt am meisten weggeholt, jetzt hier, seitdem die Aufgaben raus sind. Ihr seht schon, ich habe zu wenig Geld, äh, Gold. Was heißt das? Ich muss natürlich Gold farmen, aber ich will euch natürlich trotzdem zeigen, wo die Waffe ist. Und dann einfach, wenn ihr die Waffe geholt habt, halt einfach Schaden machen. Dürfte eigentlich ziemlich simpel sein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen, weil ich denke mir, die meisten wissen halt nicht, wo bekommen sie die Waffe etc. pp. Und so würde ich sagen, kommen eigentlich alle soweit parat. Den Schaden machen ist natürlich ein bisschen schwieriger. Im Camp Kattel könnt ihr die Pistole holen. Mit der Pistole macht ihr eher mehr Schaden, beziehungsweise ist es ein bisschen einfacher. Aber ich habe jetzt einmal mir die Pistole geholt, wurde dann weggesniped. Mehr brauche ich euch nicht sagen. Eins plus mit Sternchen. Ich probiere weiter mein Glück. Und in dem Sinne euch auf jeden Fall viel Spaß noch mit den Aufgaben und haut rein.